Guten Abend, liebe Damen und Herren. Heute zu einem besinnlichen Podcast mit der Zahlen-Sender-Crew im Impuls-Sender und mit mir heute hier auf den Sesseln im Kaminzimmer sind Jan. Achso, ich dachte, du stellst jetzt alle vor wie der Moderator damals um Mitternacht. Als würden wir es das erste Mal machen. Bisschen mit den grau melierten Toupets. Ne, Phil? Hast du was gegen meine grauen Haare? Ne, ich habe ja selber welche. Gut, jetzt sind fast alle Namen gefallen und sage ja noch Hallo Ben und Hallo Tim. Hallo Tim. Ja, ich habe es weitergegeben. Phil hat einfach gestorben. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, die Atmosphäre des Musikstücks fortzutragen. Damit hast du es. Willkommen beim Alten Herren Podcast. Dies war ein Musikstück, das heißt Girl of My Dreams. Ist von 1927 und spielt eine Rolle in dem Film, über den wir heute reden. Wir sind nämlich, nachdem wir beim letzten Mal einen Abstecher nach 2021 gemacht haben. Richtig, oder? Der Film ist von letztem Jahr gewesen. Der letzte. Gehen wir jetzt wieder zurück in die Zeit, von der wir kamen, nämlich in die 80er. Da haben wir ja zuletzt Ghostbusters angeschaut. Gehen wir nach 1987 und reden über den Film Angel Heart, den ich vermute, die meisten Leute gar nicht kennen und ich auch bis vor zwei, drei Jahren nicht kannte. Ja, hatte ich noch nie von gehört. Ja, ich kannte ihn ein bisschen länger als Ben, nämlich seit Sonntag. Und dabei kenne ich eigentlich echt viele Filme von Robert De Niro, auch wenn ich sie nicht alle gesehen habe, aber ein Begriff sind mir eigentlich die meisten. Aber den habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Liegt vielleicht auch da dran, dass der Film wahrscheinlich gar nicht so viel ausgestrahlt wurde, weil der nämlich früher eine Ab 18 Freigabe hatte. Original Ab 18 und wurde dann 2001 neu bewertet Ab 16. Das glaube ich sofort. Der Film heißt sowohl im Deutschen als auch im Englischen Angel Heart und ist von Alan Parker. Von Alan Parker kannte ich bisher hauptsächlich den Film, den der das ja da drauf gemacht hat, namens Mississippi Burning. Kennt ihr den? Ja. Gene Hackman. Genau. Und William Dafoe. Da geht es ja um so eine Gruppe von Bürgerrechtlern, die in Mississippi vermisst werden. Und ich glaube, das ist auch nach einer wahren Begebenheit gewesen. Und das ist eigentlich der Film, den man von ihm kennt. Aber der hat später auch noch andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel. Ich habe es gerade weggeklickt. Aber einen kennt man zumindest um die Ecke noch. Der hat doch Evita gemacht. Richtig, mit Madonna. Oh ja, ja. Den habe ich glaube ich nie gesehen, aber natürlich lief das nicht. Ja, aber ihre Musik. Ich kenne nur diese Balkonszene eben. Ich glaube aus dem Musikvideo. Und mir sagt auch die Asche meiner Mutter was. Aber ich weiß auch nicht was. Angela's Ashes auf Englisch. Das war irgendwie so, genau, 1999, so um die 2000er war das auch mal irgendwie so ein Ding. Aber genau, der ist letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr gestorben. Am 31. Juli 2020 und ist Britte gewesen. Und er hatte die Ehrendoktorwürde für Kunst an der Universität Sunderland. Gut für ihn. Fischreiche Stadt Sunderland. Ja, ich habe es deswegen vorgelesen, weil ich mich verlesen hatte erst. Ich dachte, da steht Universität Saarland. Aber ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Aber ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Total Recall. Oh. Jacob's Letter. Sagt mir auch, was kenne ich aber nicht. L.A. Story. The Doors. Terminator 2. Basic Instinct. Also Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger fand er gut. Ja. Und hier Dingens. Dingens. Showgirls. Also wie heißt er? Wir haben doch neulich auch über Paul Verhoeven gesprochen. Ja. Von dem hat er auch mehrere Filme gemacht. Genau. Das war der Produzent. Mario Casar lebt noch. Ist ein libanesisch-US-amerikanischer Filmproduzent. Einer von den Produzenten. Die anderen. Alan Marshall sagt mir auch noch was. Showgirls. Starship Troopers. Ach, wieder Verhoeven. Ja, genau. Trevor Jones hat die Musik gemacht. Oh ja, der ist schon lange im Geschäft. Der hat Excalibur gemacht. Time Bandits. Mississippi Burning. Arachnophobia. Oh je. Oh, ist das der Film mit der... Mit den Spinnen. Die sieht er mit. Mit der einen Spinne. Ah nee, das war... Mit dem Showdown im Haus quasi. Wurde dann nachher mit der Spraydose. Richtig. Und der Nagelkanone. Ja, ja. Ist ja unrealistisch. Oh, die Liga der außergewöhnlichen Gentleman. Oh nein. Ich muss sagen, ich fand den Film sehr realistisch, was eine Reaktion auf eine große Spinne im Haus angeht. Wenn ich die Nagelpistole sehen würde, würde ich auch so reagieren. Ja, ich fand den Film auch gar nicht so schlecht. Arachnophobia. Ich glaube, der ist auch sogar von Spielberg, oder? Könnte auf jeden Fall in seinen Ideenschatz passen. Ja, das muss ich jetzt gerade nachbeteiligen. Trevor Jones. Arachnophobia. Frank Marshall auf jeden Fall. Ach nee, Frank Marshall hat da die Regie gemacht. Das ist ja der Typ, der bei Indiana Jones 1 der Produzent war. Ah. Produktion Kathleen Kennedy. Also es kommt so aus der... Aus der Richtung. Lukas Spielberg. Okay, aber zurück zu Angel Heart. Cast. Mickey Rourke. Ein junger Mickey Rourke. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe immer wieder gedacht, das ist doch Bruce Willis irgendwie anders. Ja, so ein bisschen. Aber er hat mehr Haare. Schon damals gehabt. Ja, also Mickey Rourke kannte ich eigentlich vorher überhaupt nicht. weder jung noch alt. Wie hieß es noch? Gladiator? Nee, nicht Gladiator. Wie Gladiator? Wrestler. The Wrestler, ja. Der neuzeitliche Gladiator. Da hat er, wie ich gelesen habe, sogar ein paar Preise für bekommen. Für The Wrestler. Ja. Und er spielt auch, glaube ich, in mehreren Marvel-Filmen mit, oder? Ähm, der Iron Man spielt er mit. Ja. In den Sin City-Filmen. Da ging es, glaube ich, wieder nach oben. So, um die, als der erste Sin City rauskam. Mhm. Also der ist schon im Geschäft seit 1979. Oh, guck mal hier. Ja, neuneinhalb Wochen. Das kennt doch jeder, oder? Ich kenne es tatsächlich nicht. Zumindest vom Titel her. Ja, vom Titel her schon. Ja. Aber, was ich gerade noch sagen wollte, sein erster Film, der hier in Wikipedia steht, ist, ähm, Wo bitte geht's nach Hollywood? Und da hätten wir dann wieder die... Oh, hat ja funktioniert. Da hätten wir dann wieder die Verknüpfung zu Dan Aykroyd. Stimmt, ja. Denn da hat Dan Aykroyd den Hauptdarsteller gemacht. Und der ist auch von Steven Spielberg, sehe ich gerade. Wo bitte geht's nach Hollywood? Und John Belushi. Genau. Ähm, der war mal in den 80ern Sexiest Man Alive. Ja. Und dem hat aber dann irgendwie am Ende der 80er keinen Bock mehr auf Schauspielerei und wollte dann lieber Boxer werden. Und das hat er auch vier Jahre durchgehalten oder fünf. Und dann hat er nach mehreren Verletzungen auch Gedächtnisverlust erlitten. Und dann ist ihm wieder... Dann hat er gedacht, jetzt weiß ich ja nicht mehr, wie das war mit der Schauspielerei. Dann machen wir lieber wieder das. Fange ich mal wieder an, Text auswendig zu lernen. Genau. Und er hat ja wohl auch mehrere Schönheitsoperationen hinter sich. So dass man ihn heute tatsächlich... Ja, das sieht heute sehr... Ja. Künstlich aus. Wobei, ich habe jetzt so ein paar Bilder gesehen, wie er jetzt aussieht. Ist wieder ein bisschen besser geworden. Aber zwischendurch sah er sehr künstlich aus, fand ich. Ja, das war bei Expendables ja auch schlimm. Fand ich. Der hat ja, glaube ich, nur im Ersten mitgespielt. Aber da hat man das ja schon angesehen, dass die Lippen gemacht waren, dass die Wangen gemacht waren. Ja, weiß ich nicht. Ja gut, wenn das so war, wie er aussehen wollte. Ja gut, klar. Aber dann war es das ja nicht, weil er hat es ja wieder ändern lassen. Jedenfalls ist er der Hauptdarsteller. Und ja, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht aus vielen Filmen, aber seit 1979 im Geschäft. Und, wie wir aus einem anderen Podcast gehört haben, lebt heute in Deutschland, zumindest zum Teil. Wiesbaden, oder? Wiesbaden, genau. Da heißt er Michael Reinke. Michael Wendler. So, dann haben wir, wie sagt es der Film, als Special Appearance, jetzt hätte ich fast gesagt Marlon Brando, aber nein. Sein Sohn. Marlon Brando, sein Sohn. Genau, genau so heißt er. Robert De Niro. Ich habe inzwischen so viele Tabs offen, dass ich den richtigen nicht mehr finde. Genau. Über den muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Nö. War doch eine sehr chillige Rolle spielen. Wer schon mal einen Film gesehen hat. Punkt. Ja, oder? Ja, das schafft man doch fast nicht, an dem vorbeizukommen. Man kann aber vielleicht sagen, dass tatsächlich auch vor ihm andere angedacht waren für seine Rolle, die alle abgelehnt haben. Unter anderem auch Al Pacino und auch Marlon Brando. Ach, Al Pacino hätte ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Ja, toll. Und Jack Nicholson hat auch abgelehnt. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, Jack Nicholson hat ja, so kann ich ja jetzt noch nicht sagen. Zum Fall sind wir ja noch nicht. William the Frau kann ich mir auch gut vorstellen. Oh, der hätte auch gut gepasst, ja. Aber ich glaube, diese Special Appearance ist wieder so ein Ding, dass er einfach, das heißt wahrscheinlich, dass er weniger Geld bekommen hat, weil er nicht so viel teilgenommen hat. Ich habe nämlich gelesen, dass er irgendwie nur vier oder fünf Tage beim Dreh dabei war. Also er hat einfach da seine Szenen drunter gespielt. Ja, das waren ja auch, das war ja auch immer nur, er sitzt irgendwo und es gibt drei Minuten Dialog. Genau, ja. Und die letzte, die man da vielleicht noch nennen kann, ist Lisa Bonet. Die kenne ich zumindest, weil ich bin ja so alt. Der Bill Cosby Show. Genau. Das war die älteste Tochter in der Bill Cosby Show. Ich habe mir nicht die ganze Zeit überlegt. Denise hieß sie, glaube ich, oder? Ja, richtig. Ja, ja, ja. Und das lief ja in den 80ern im ZDF oder im ARD. Das hier war ihr erster Film. Ja, krasser Einstieg dann. Ja. Ja. Also so von der Rolle aus der Comedy-Serie dann mit sowas anzufangen. Ja. Die hat dann später auch noch bei Staatsfeind Nummer 1 mitgespielt. Mhm. Und sie ist die Mutter von Zoe Kravitz. Stimmt, die war mit Lenny Kravitz oder ist, ich weiß gar nicht, verheiratet. Nee, sie ist jetzt mit Jason Momoa verheiratet. Ah, okay. Ach. 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 So was. Ach, stimmt, das ist hier der Pferdemensch. Danke, Idaho. Danke, Idaho. Der Wassermensch. Der Pferdemensch. Ja, der hat Aquaman gespielt. Ach so, stimmt, der hat ja auch Aquaman gespielt, stimmt. Aber ich meine jetzt natürlich von Game of Thrones. Natürlich. Natürlich. Das habe ich verstanden. Sind aber auch schon wieder getrennt. Ist aber schade. Gut, das sonst muss man, glaube ich, niemanden mehr nennen. Oder ist euch noch irgendjemand aufgefallen, den man kennt? Charlotte Rampling, wie gesagt. Ach so, wer ist das? Im Film? Ja. Die Wahrsagerin. Ah, genau. Die kennt man jetzt eventuell, wenn man den letzten Dune-Film gesehen hat. Da hat sie nämlich die ehrwürdige Mutter gespielt, die Paul am Anfang prüft. Man sieht nicht viel von ihr, weil sie ja diesen komischen Hut anhat. Mit diesem Ding, wo er die Hand reinlegen muss. Genau. Okay. Ah, das war die Wahrsagerin. Okay. Kennt man die sonst auch von vielen Filmen, oder? Ja, also die ist schon eher so artsy unterwegs. Ja. Die ist auch immer wieder mal in großen Filmen dabei. Aber die ist, glaube ich, ein bisschen wählerischer. Das passt ja dann hierzu. Ja. Auch eine Plattin. Order of the British Empire. Schirmscham und Melone. Ach so, aber in der Serie hat sie immer mitgespielt. Ja, das gibt es schon ganz schön viel, aber das stimmt genau. Ich kenne da jetzt nicht so viel von. Genauer gesagt, fällt mir schon gar nichts auf, was ich erwähnen würde. Ah, guck mal, Dune. Sie hat in Dune mitgespielt. Ehrlich? Die hat in Dexter zehn Folgen lang mitgespielt. Das müsstest du doch wissen. Ja, aber das wusste ich gar nicht, wer sie da war. Ja. Kann ich mir jetzt auch nicht erinnern. Aber Spy Game sehe ich hier noch. Das ist ein guter Film. Spy Game. Stimmt, das sehe ich jetzt auch gerade, ja. Angel Heart, ach so, Moment. Ach, Red Sparrow hat sie mitgespielt. Macht auf jeden Fall schon lange. Macht auch schon lange vom Kino. Genau. Ja, dann steigen wir ein, würde ich sagen. Oder gibt es noch jemanden, den wir vergessen haben? Den kenne ich nicht mit Namen, aber den dicken Polizisten, den kenne ich auch. Stimmt, der kam mir auch bekannt vor. Kann ich aber nicht zuordnen. Ist das Detective Deimos oder ist das der andere? Da fragst du genau den richtigen. Ah, da ist jetzt nicht mal ein Bild dabei. Ich glaube, es ist der andere. Ach so, der mit den Augen so gerollt hat. Weil wenn man bei Letterboxd auf den Schauspieler von Deimos geht, äh, der sieht nämlich jetzt aus, als wäre so Ende 40. Das kann ja dann eigentlich nicht sein. Ja, bestimmt, den kenne ich auch. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber der kam mir, der kam mir auch bekannt vor. Und der Anwalt, der kam mir auch bekannt vor, aber der spielt ja auch nur zwei Minuten mit. Und ist auch nachher tot, also von daher. Spoiler. Gut, dann gehen wir in den Film. Der hat ein wunderbar tolles Intro, finde ich, der Film. Da hatte ich direkt Bock da drauf. Weil der so eine Jazzmusik hat in einem verschneiten New York. Das hat gleich so einen richtig schönen Film-Noir-Stil. Und ich mag Film-Noir. Da läuft ja irgendwie so ein Hund durch diese schneeverwehte New York-Szene. Und da habe ich direkt tatsächlich Lust drauf. So lustig, wenn du sagst Jazzmusik. Ich dachte einfach nur die ganze Zeit Porno-Saxophon. Vielleicht ist es auch eher Blues gewesen. Ja, es ist halt so getragen für Jazz. Ja, es war wahrscheinlich eher so Blues. Ja. Und dann sieht man auch noch so eine Leiche im Schnee liegen. Aber die hat, glaube ich, keinerlei Bedeutung für irgendwas. Es geht halt einem Mann mit einem Stock durch diese Gasse. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich das Wichtigste wieder verpasst. Wegen der Pornomotik. Dass wir einmal geblieben sind. Ja. Ja, und dann sieht man den runtergekommenen, auch Film-Noir-typischen Detektiv. John, nee, Henry. Harry oder Henry? Verdammt. Harry. Harry Angel. Gespielt eben von Mickey Rook. Der einen Anruf bekommt in seiner runtergekommenen Anwalts- Nee, nicht Anwalts-Detektiv. Privatdetektiv. Genau. Kanzlei. Kanzlei. Gehört ja auch dazu als Privatdetektiv. Deine Jalousien müssen auf halb acht hängen, dass die tiefstehende Sonne reinscheinen kann. Genau. Du musst so immer Staub im Zimmer rumfliegen haben und dein Schreibtisch muss aussehen, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja. Und so sieht es auch aus. Und er hat ja dann auch diese tolle Hose mit diesem Gürtel an. Der hat ja irgendwie diesen Gürtel einfach so über die Hose gemacht. Gar nicht durch die Schlaufen. So was fällt dir auf. Ja. Also dieser Anzug, den er anhat, der ist ihm doch einfach drei Nummern zu groß. Ja. Das sieht sehr lustig aus. Das ist so ein typisch runtergekommener Privatdetektiv. In New York. Ach so. Ganz klassische für Noah-Figur. 1955, muss man auch dazu sagen, spielt das Ganze in New York. Und dann kommt eine Kundin rein und sagt, finden Sie einen Optiker, der günstiger ist als viermal. Vergessen Sie es. Nein, dann ruft jemand an. Wie ist denn das? Ruft er bei ihm an? Oder ist der jetzt sogar in der Telefonzelle? Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, nee, ruft er an. Bei ihm, ja. Und dann will ihn, sein Kunde will ihn sprechen in Haarlem. Der heißt Louis Seifer und hat einen Auftrag für ihn. Und dann geht er halt hin, weil er eh nichts zu tun hat und keine Kohle hat. Und er sagt noch so, Haarlem ist aber ganz schön weit draußen. Na gut, passt schon. Und dann ist das in so einer Kirche, in so einer Baptistenkirche, wo er direkt an so einem Zimmer vorbeigeführt wird, wo Blut von der Wand geschrubbt wird. Und auch gerade eine Messe ist, wo der Priester allen so ruft, gib mir euer Geld. Stimmt, genau. Er möchte doch ein Chef wohl leben oder sowas. Ja, ja, genau. Ja, und dann kommt zum ersten Mal hier Robert De Niro. Auf einem kleinen Thron. Mit perfekt manikürten Nägeln. Also nicht perfekt manikürt im Sinne von kurz, sondern er hat richtige Klauen. Wie ein Klingone. Ja. Und die haben wir gleich verraten, finde ich. Ja, alles, oder? Ja, aber die Fingernägel, niemand hat im Film, also kein Mann, kein Mann in der Zeit hat solche Fingernägel in einem Film, ohne dass es was bedeutet. Also sein Ring aber auch. Er hat ein Pentagramm drauf, oder? Ja. Und sein Name, Louis Seifer, Lucifer. Habe ich auch nicht sehr so viel. Am Ende. Aber wie er ja auch später sagt, Mephisto funktioniert hier nicht so gut. Ja, aber ich, me, fist you. Aber ich bin fest davon überzeugt, das sollte ja auch für den Zuschauer sofort erkennbar sein. Offensichtlich sein. Ja, weil das ist dieses, ähm, dieses Suspense-Ding, dass du die ganze Zeit weißt, was da abgeht und der, äh. Der Charakter nicht. Der Charakter halt nicht, genau. Mhm. Also er ist offensichtlich der Teufel und da hat noch einen Anwalt dabei, der Teufel. Natürlich. Natürlich. Und, ähm, er gibt jetzt, ähm. Ach, und deshalb hat Al Pacino dann später hier im Auftrag des Teufels gemacht. Ja. Weil er die Rolle hier nicht gemacht hat. Wahrscheinlich. Das ist auch eine schöne Szene am Ende, oder? Auch für der Anwälte. Das Ende von, in diesem Schloss da, oder wo er da wohnt, in diesem Haus. Ja. Ähm, genau. Jetzt kriegt er den Auftrag direkt von ihm und zwar soll er jemanden suchen, weil er nämlich einen Vertrag mit ihm hat. Und er hasst es, wenn seine Verträge nicht erfüllt werden. Ach so, ein leichter, äh, Teufelshint wieder. Genau. Ja. Mhm. Und diese Person ist ein, ich glaube er sagt auf, ach so, habt ihr es eigentlich auf Deutsch geguckt oder auf Englisch? Ging nur Deutsch, oder? Ging nur Deutsch. Ja, Amazon hatte nur Deutsch. Ja, war nur auf Deutsch. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe ihn damals nämlich auf Englisch gesehen, als ich ihn schon mal sah, aber ich weiß nicht, ob das auf Netflix oder auf Amazon war. Und es hätte ja sein können, dass es den wieder in zwei verschiedenen Versionen gibt. Aber die, die ich gesehen hatte, gab es nicht. Und es ist echt so lustig, gerade in so älteren, äh, synchronisierten Fassungen, wie, wie gnadenlos die mit, mit englischen Begriffen und, und Namen da umgehen. Ja. Wollen sie, wollen sie die Gumbo-Suppe probieren? Ja, oder am Anfang sagen sie nämlich, ähm, den Johnny Liebling, so heißt der Sänger, den er suchen soll. Und irgendwann in der Mitte des Filmes, ähm, stellen sie sich dann, wechseln sie auf, äh, Favourite, auf Favourite halt. Aber nennen ihn dann Favourite. Ja, aber ich glaube, das ist sogar im Englischen so. Ich glaube, der sagt, äh, im Englischen eigentlich heißt er Liebling. Nee, Liebling heißt er eigentlich. Ach so, okay. Und Favourite ist dann eigentlich die Übersetzung so ein bisschen falsch. Also von Lieblingsdings ist ja Favourite. Ich glaube, das... Naja, ich hätte halt gedacht, das war der eigentliche Name. Er heißt Johnny Favourite und sie hätten es für die deutsche Synchro am Anfang auf Liebling übersetzt. Und dann gemerkt, das klingt aber doch irgendwie kacke. Nee, nee, ich glaube, der war eigentlich deutsche Abstammung und hieß eigentlich Liebling, hat sich dann aber Favourite. I see, ja, okay. Genau, und den soll er jetzt suchen, Johnny Favourite oder Johnny Liebling. Das ist nämlich so ein Schnulzensänger oder, keine Ahnung, Schlagersänger, sagt er auf Deutsch. Und der ist wohl im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet worden, war dann in einem Sanatorium. Und für ihn wird immer noch jedes Jahr bezahlt, dass er da liegt. Aber als der Anwalt und, wie heißt er eigentlich, achso, Louis Seifer letztens dort waren, weil sie zufällig in der Nähe waren, hätten sie den Eindruck gehabt, dass er gar nicht mehr dort ist. Und er will ihn jetzt finden, weil er, wie gesagt, noch einen Vertrag mit ihm hat, also eine Rechnung offen hat. Ja, weil er ihm was schuldet. Genau. Ja, und er sagt hier, Angel sagt dann erstmal noch so ein bisschen, eigentlich macht er ja nur so ein Kleinkram, so Scheidungssachen oder sowas. Da ist er manchmal sogar erfolgreich. Aber er lässt sich dann drauf ein. Because money. Because money. Ja, er kriegt ja ordentlich Geld dafür. Ja. Wird ja nachher dann noch mal erhöht. Oh ja, 5000 Dollar, das muss damals richtig viel gewesen sein. Ungefähr mal 10 habe ich gelesen, also 50.000. Oh. Ja, und die erste Spur, die er hat, ist, in diesem Sanatorium nachzugucken. Und das macht er dann auch gleich. Ja, und geht da eigentlich nicht weiter als die Rezeption. Denn da ist eine Schwester, die er dann um den Finger wickelt, dass sie eben doch eine Akte raussucht, eben von Johnny Liebling Favorit. Und auf der recht alten Akte von 43 oder sowas steht dann drauf, mit Kugelschreiber, entlassen irgendwann im Jahr 1943. Wo er dann haarscharf detektivmäßig kombiniert, dass es damals noch gar keine Kugelschreiber gab. Und da habe ich dann fünf Minuten über Kugelschreiber nachgedacht und habe den Rest der Szene nicht mitbekommen, weil ich dachte, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, da habe ich dann gedacht, das hat sich ja seitdem eigentlich auch nicht mehr weiterentwickelt. Wir sind immer noch beim Kugelschreiber. Ja, aber funktioniert, ja. Wir sind auch nicht weiter vom Rad, genau. Okay, ja. Gut, das Ding kugelt. Wir hätten ja jetzt auch ein Laserpen haben können inzwischen. Kugelschreiber sind schon besser geworden. Aber es sind Kugelschreiber. Ja gut, wir haben auch immer noch Bleistifte, ist ja gut. Gescheitert. Genau. Und er kriegt dann noch einen Hinweis auf den Arzt, der das unterschrieben hat, glaube ich, mit Kugelschreiber, gell? Weil das dann die nächste Spur. Dr. Fowler, und den sucht er dann in seinem Haus auf, beziehungsweise er sucht den... Das klingt so freundlich, er bricht ein. Er sucht das Haus auf, ohne dass Dr. Fowler da ist. Und auch eine verschlossene Tür mit einem Vorhängeschloss kann ihn nicht davon abbringen, höflich zu sein und den Doktor zu besuchen. Aber ich finde es cool, wie routiniert er das da auch einfach macht. Eben in den Keller einbrechen und dann überall durchstöbern, findet ein Revolver, findet eine Bibel, findet im Kühlschrank jede Menge Opium. Ja, aber das ist ja wirklich so sein Alltagsbusiness. Wenn der immer irgendwelche Eifersüchteleien zwischen Paaren untersucht, dann bricht er ja wahrscheinlich rhythmisch ein. Und dann wird er aber sozusagen ertappt, beziehungsweise nicht wirklich, sondern der Doktor kommt nach Hause und er lässt sich dann ertappen. Er spricht ihn ja dann direkt an aus dem Dunklen, weil er ja sozusagen einen Trumpf im Ärmel hat. Und der Doktor sagt sofort, er ruft die Polizei und daraufhin sagt er, ja gut, aber dann erzähle ich den hier von deinem Opiumversteck. Das ist auch wieder sehr Film-Noir-mäßig, wie er da eben in dem Halbdunkeln in der Küche sitzt und der Doktor erst zu seinem Kühlschrank geht und er dann aus dem Dunkeln heraus anspricht. Und ich glaube, er zündet sich da auch so die Zigarette an, dass man so kurz die Augen sieht. Ja, und am Schuhen könnte er das Streichholz an, genau. Ja, der macht das Streichholz immer an irgendwelchen Dingen. Immer an etwas anderem, ne? Ja. Wir müssen noch mal erzählen, woran er in diesem Film sein Streichholz überall anmacht. Er hat halt noch keine Sicherheitshölzer damals. Wahrscheinlich auch am Daumen. Ja, das macht er ganz am Anfang, als er das Telefonat annimmt. Okay. Dann flickt er das so mit seinem Daumennagel an. Vielleicht hat er, achso, ich dachte, er wäre Gitarrenspieler und hat deswegen so viel Hornhaut auf den Fingern. Ja, vielleicht war Robert De Niro auch Gitarrenspieler, so Flamenco-Spieler und hat deswegen diese Fingernägel. Genau. Die hat man blöderweise aber nur an der einen Hand, wo man zupft. Stimmt. Ja, er kriegt nicht so richtig viel von ihm raus, nur, also doch, er kriegt ja schon raus, dass er, glaube ich, diesen, dass er diese Dinge, also, dass der Arzt diese jährlichen Bescheinigungen nicht mehr unterschrieben hat, weil er Geld dafür bekommen hat. Also er hat dann irgendwie immer noch zusätzlich Geld bekommen dafür, dass dieser Mensch da immer noch liegen würde. Aber in Wirklichkeit wäre der schon vor zwölf Jahren irgendwann abgeholt worden. Das ist von einer Frau und einem Mann mit einem Auto. Ja, aber mehr weiß er auch nicht. Genau, das reicht aber, äh, das reicht aber Harry noch nicht und, äh, er sperrt ihn dann im Schlafzimmer ein und sagt, er soll sich hier jetzt erstmal ausruhen, dass er hier so ein bisschen Entzug hat, weil er will die ganze Zeit an sein Morphium. Und er geht jetzt erstmal spazieren und was essen und dann kommt er wieder. Und dann fragt er noch ein bisschen weiter. Und in so einem Film weiß man in dem Moment ja schon gleich, mit dem wirst du nicht nochmal spazieren. Das war eine sehr gute Idee. Ja, und dann sieht man das erste Mal so ein bisschen so eine Traumszene, wenn er dann die Wohnung verlässt, dann geht er nämlich in so eine Kirche und das ist so ein bisschen surreal. Ich glaube, das ist auch rückwärts gefilmt, wie diese, diese beiden Mädchen dann nach oben gucken und nach unten gucken. Das sieht ein bisschen creepy aus, finde ich. Hm, aber allein, weil die auch mitten im Winter mit einer offenen Tür im Flur sitzen. Stimmt. Von der Kirche, ja. Und halt dieses Synchrone hoch- und runtergucken und im Hintergrund ist ein Fahrstuhl, was auch ein übliches Accessoire einer Kirche ist. In New Orleans schon, denn wenn man Gabriel Knight gespielt hat, Ben kennt das bestimmt, da gab es nämlich auch im Beichtstuhl einen Fahrstuhl nach unten und dann ging es in das Labyrinth unter New Orleans. Achso, das ist ja hier noch gar nicht in New Orleans, verdammt. Ja, aber vielleicht haben die sich ja an New York orientiert. Vielleicht. Oder wird überhaupt gesagt, wo das Sanatorium ist? Ich weiß es gerade nicht. Das muss in der Nähe von New York sein, aber wo genau? Keine Ahnung. Stimmt, der ist ja jetzt gar nicht in New York, der ist ja jetzt irgendwo im Umfeld, genau. Ja, und dann, was man auch öfter und immer wieder sieht und hier auch schon zum ersten Mal ist so ein drehender Ventilator, der so quietschend unterdröhnender Musik unheil verkündet, kann man sagen. Und plötzlich die Richtung ändert. Stimmt, genau. Es gibt überhaupt sehr viele Nahaufnahmen von Ventilatoren unterschiedlichster Art in diesem Film. Stimmt. Ja, und nachdem diese Szene in der Kirche vorbei ist, geht er dann noch in so einen Pub, nee, wie nennt man das? Deiner. Deiner. Genau, isst und trinkt da was oder trinkt was und dann geht er zurück. Und wie Phil schon gesagt hat, ist natürlich der Arzt tot, hat sich anscheinend selbst mit seiner Pistole in den Kopf geschossen. Die Pistole hatte Harry ja vorher schon gefunden, aber die Patronen waren vorher nicht drin, denn die waren in der Bibel. Klassisches Verständnis. Er hat ja vorher reingeguckt, genau. Ja, er hat ja in die Pistole reingeguckt, aber die Bibel hat er nur so kurz berührt und nicht mal geöffnet. Genau. Er sagt ja auch später, dass er ein Problem mit Christentum generell hat. Und mit Hühnern. Aber deswegen hat er sie auch nicht wirklich angefasst. Ja. Obwohl er Angel heißt. Ja, aber wir wissen ja, warum er ein Problem mit Christentum hat. Und mit Hühnern. Und mit Hühnern. Ach ja. Das habe ich jetzt gerade erst gecheckt, wo Tim das nochmal bevort hat. Aber ganz ehrlich, das war doch klar, dass der sich nicht umgebracht hat, oder? Der hatte die Waffe quasi, als würde er beten, auf seine Brust gelegt. Und das Einschussloch war genau in seinem Auge. Ja. Also er konnte sich ja schlecht ins Auge feuern und dann die Waffe auf seinen Bauch legen. Ach, bei den anderen war es nicht so. Nee, also bei dem war es nicht. Der hat sich sein Gemächt abgeschnitten, hat er das selbst gemacht. Was passiert ist. Aber bei denen, die noch kommen, ist es mir eindeutig klar, dass ich nicht selber war. Genau. Aber ich fand es beim ersten schon eindeutig. Das kann niemals in so einer Lage passiert sein, dass sich jemand die Waffe aufs Auge setzt und sich dann noch so drapiert, als würde er schlafen. Ja, aber das, also das habe ich auch beim ersten Mal nicht verstanden, weil das hätte ich als Filmfehler auch abtun können. Das hätte ja auch unabsichtlich sein können. Einfach nur, um das so schön neben die Bibel zu tun. Ja, also man kann sich ja schon genau in den Augapfel schießen. Ja, aber dann fliegt die Waffe ja sonst wo hin. Die Pistole irgendwie anders. Ja, das stimmt. Aber es hätte ja ein Filmfehler sein können. Ja, okay. Aber ich fand es komisch. Also entweder es war ein Fehler, aber ich habe mir halt gedacht, ah, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ein merkwürdiger Film. Jetzt habe ich wieder fünf Minuten überlegt, weil der nämlich jetzt anfängt, alles abzuwischen, was er vorher angefasst hat. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, der weiß doch jetzt nicht mehr, was der alles vorher angefasst hat. Wenn man jetzt sowas macht, dann vergisst man doch bestimmt irgendwas. Ja, aber der ist ja Profi. Ja, stimmt. Stimmt, der ist ja Profi. Profiwicher. Also mir würde das so gehen. Ich wüsste nicht, was ich alles angefasst habe. Aber ich würde auch schon daran scheitern, irgendwo einzubrechen. Ich kann keine Schlösser knacken und ein Fenster einzuschlagen. Davor habe ich zu viel Angst vor Schmerzen. Okay, da würde sich das mit dem Anfassen, was du alles angefasst hast, aber auch stark reduziiert. Ja, dem Klingelknopf. Und damit hört es dann auf. Mist, die führst du. Ermittlung beendet. Wie kommt der denn jetzt weiter? Ach so, ich glaube, der hat jetzt hier seine Freundin da bei der Presse. Ich glaube, so kommt der. Da treffen sie sich in der Bar. Das ist dann wieder New York jetzt, genau. Denke ich mal, weil sie gehen ja nachts zu ihm nach Hause. Genau. Und schnackseln. Ja, erstmal wird schön hier dienstlich geredet. Die ganze Zeit, während sie sich ausziehen. Stimmt. Weil sie hat ihnen nämlich Infos über die, über was eigentlich? Über diesen Fall, oder? Über Johnny Fabrit. Genau, Johnny Fabrit, den er sucht. Hat sie ihm Infos gegeben. Und dann kommt sie auf so eine Wahrsagerin, die in, also es ging einfach um Personen, die in seinem Umfeld waren. Und das war unter anderem bestimmte Musiker und eine Wahrsagerin. Und die ist jetzt noch in Coney Island zu finden. Was ja ein Teil von New York ist. Ja, Margaret Cruzfeld oder so? Nee, Cruz Mark. Ja. Madame Zora, wird ja jetzt erstmal gesagt. Margaret Cruz Mark kommt dann später erst raus, dass das die ist. Das sagt jetzt gleich die Frau in Coney Island. Die dachten ja, das wäre irgendwie ihre Auszubildende oder Nachfolgerin, was auch immer. So, und diese Next-Szene in Coney Island. Ach, und vorher, darf ich noch eine, weil das hat mich, das hat mich fast am meisten verstört in diesem Film. Vorher trifft er ja nochmal, trifft er ja nochmal hier den, den, den Teufel. Und die Art und Weise, wie Robert De Niro hier dieses Eif hält. Stimmt. Habe ich noch nie gesehen. Und wie das überhaupt funktioniert. Ja. Stimmt, das war auch ein bisschen creepy. Ja. Ja. Und auch wieder so ein Hinweis auf seine Herkunft. Ja, ja, so dieses Jahr, es gibt ja Religionen. Die Seele. Irgendwie glauben, dass die Seele in den Eiern sind. Und dann ist der das einfach. Und dann beißt der so da rein. Und dann sieht man auch diese Fingernägel, wie sie so ganz spitz um das Eis herum gehen, genau. Wollen sie auch ein Ei? Ach nein, ich habe ein Problem mit Hühnern. Genau. Und da kriegt er jetzt einen Geldaufschlag, weil er hat nämlich, er erzählt eben dann, also, man muss auch sagen, wer jetzt. Harry erzählt Cypher, dass dieser Arzt sich erschossen hat und dass die Polizei jetzt vielleicht hinter ihm her ist, wenn sie das rausfinden. Weil er ja da war. Und dann sagt hier Cypher, oh, wie wäre es denn mit einer Erhöhung des Gehalts um 5.000 Dollar. Und dann macht er natürlich weiter. Weil wir haben ja eben schon gesagt, das wären ungefähr 50.000 Dollar heute. Ja, und dann kommen wir nach Coney Island. Oder geht Fetter erst nochmal nach Haarlem. Ich glaube, das kommt, vielleicht kommt das auch davor. Das muss davor kommen. Warum ist der eigentlich da nochmal hingefahren? Weil er jetzt den Scheck bei seinem Anwalt holen will oder wieso? Mit den 5.000 Dollar? Der geht ja jetzt nochmal in die Kirche. Ich glaube, er will da einfach noch weiter ermitteln. Okay. Er vertraut seinem Auftraggeber selber nicht. Ach so. Schaut sich da mal um, wo er den überhaupt getroffen hat. Ist jetzt aber alles so verlassen. Also weist auch da drauf hin. Er macht halt nur so einen Tabernakel auf. Und findet da allerart komisches Zeug drin. Also so Voodoo-Pram und christliche Reliquien und so weiter und so fort. Und dann sitzt in dem Gebetsraum auf einer Bank eine komplett schwarz verhüllte Gestalt. Das sieht man nicht, äh, das Gesicht. Und er nähert sich ihr und will sie berühren und wird dann nach hinten gerissen von zwei Männern, die direkt anfangen, ihn zu verprügeln. Beziehungsweise er schlägt auch direkt zurück. Und dann prügeln sie sich und er rennt weg. Ja. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich auch nicht. Also, ja gut, also gut, dass er jetzt weg rennt. Ja, aber warum, warum plötzlich einfach anfangen, sich zu prügeln? Ja. Weil es hat ja jetzt schon den Eindruck, dass, ähm, dieses erste Treffen oben in dem Raum, dass es jetzt gar nichts mit dem Rest dieser Kirche zu tun hatte. Ja. Ja, und dann sieht man halt nur nochmal, wie er draußen vor denen flieht. Ähm, und dann sieht man auch nochmal, wie dieser Priester, oder wie nennt man das? Priester, keine Ahnung, der auf so einem Thron, auf so einer Barre, die Straße entlang getragen wird, in so einem Umzug, in so einem Musikumzug, dann irgendwie umgekippt wird. Während er, ja, durch diese Massen dann flieht. Aber, ja, die Szene hat mir jetzt auch nicht viel mehr gebracht. Ich hab sie, ja, die hab ich echt nicht verstanden, wie er eben diesen assigen Priester voll umrennt. Ja, außer. Beziehungsweise dessen Träger. Außer, das fand ich noch lustig. Genau, aber, also die einzige Bedeutung, die hier drin war, war, dass diese, dass diese Gestalt später immer mal wieder auftaucht, die er versucht dann rauszufinden, wer das ist. Diese vermummte Gestalt. Die sieht er ja noch öfter. Oder nicht? Doch, doch. Doch, doch, doch. Am Ende ist sie ja auch nochmal da. Ja, genau. Das kommt immer mal wieder vor. Ja. Und dann kommen wir aber noch Coney Island. Und diese Szene fand ich toll. Ja. Da hab ich mir die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, ob hier die Second Unit nicht David Lynch gemacht hat. Das war so eine David Lynch Szene mit diesen Typen da am Strand. Und sie, also er ist ja nach Coney Island gekommen, weil er diese, diese Marguerite Cruise Mark sucht oder diese, wie sie auch immer damals hieß. Und dann trifft er da irgendwie diesen Typen am Strand, der sich die ganze Zeit am Sack kratzt, auf dem Liegestuhl. Ja. Und seine Frau steht halb mit den Knien bis zum Knien im Meer. Gut, der Typ ist aber sehr freundlich und schenkt ihm einen Nasenschutz. Das braucht man ja auch da. Im Winter. Bitte? Ja genau, das brauchen wir noch da. Weil er den nämlich irgendwie unter dem Pier gefunden hat oder so. Und erklärt dann, eigentlich hasst seine Frau das mehr, aber sie wird immer fetter und glaubt, damit könnte sie was gegen Krampfadern tun. Aber auch, dass am Anfang wird ja erstmal so ein Panorama oder ein Shot gezeigt von unter dem Pier. Was das eigentlich heißt. Nur Müll und Ratten. Ja, stimmt. Und Coney Island ist ja eh schon immer so, das war ja so ein Naherholungsziel. Ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts. Und das hat ja danach, es wird ja immer dann benutzt, wenn es irgendwie irgendwelche gruseligen Szenen oder so geben will, weil es da diese alten Riesenräder und Karussells und so gibt. Es wird gerne bei solchen, ja, New York-Szenen benutzt, wenn es ein bisschen, oft mit Dunkelheit. Ich glaube, hier in dem Spiel Fahrenheit ist man am Ende auch in Coney Island im Showdown. Und von der Frau erfährt er dann eben, dass es ein und dieselbe Person ist. Genau. Und dass die nicht mehr da ist, weil sie ist irgendwann weggezogen nach New Orleans. Mhm. Und dann verabschiedet er sich noch und wenn er dann diesen Nasenschutz geschenkt bekommt, sagt der Mann noch, sagt er noch, ja, ich werde ihn brauchen, wo ich hingehe. Und dann sagt der Mann, Brooklyn? Nein. New Orleans. Nett. Und dann sieht man ihn im Zug nach New Orleans fahren. Und da scheint es sehr warm zu sein. Ja. Sehr, sehr warm. Ja. Weil er nicht nur die Achseln verschwitzt, sondern die nähern sich dem Zentrum des Brustkorbes an. Ja. Das ist ja auch immer so ein typischer Film-Noir oder Neo-Noir, muss man ja eigentlich sagen, Trope, dass halt alles dreckig und schmutzig ist. Das hat man ja auch in New York schon gesehen, wo er die ganze Zeit mit seinen Schuhen da im Schneematsch rumläuft. Jetzt hier regnet es die ganze Zeit und er ist verschwitzt und so weiter. Übrigens, das ist eine Abweichung zum Buch. Eigentlich spielt die das gesamte Buch in New York. Und diese Reise nach New Orleans gibt es eigentlich gar nicht. Es hat aber irgendwie interessant. Ich meine, so eine Subkultur mit diesem Voodoo und so weiter kann es auch in New York geben. Aber ich finde es dann schon irgendwie authentischer, das im Süden der USA zu machen. Ja gut, jetzt weiß ich gar nicht, ob im Buch das dann auch mit Voodoo war. Das kann ja irgendwie anders dann Häufelsbeschwörung gewesen sein oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das Erste, was er macht, wenn er dann dort ankommt, ist auch zu der Wahrsagerin zu gehen. Mhm, genau. Und dann möchte er ja, dass sie ihm das Horoskop vorbereitet. Und nennt dann als sein Geburtsdatum den von Johnny Favorite. Genau, und das fällt ihr natürlich sofort auf. Genau, also absichtlich macht er das natürlich, damit es ihr aufhört. Ja, sagt sie, ich kannte mal jemanden mit genau dem gleichen Geburtsdatum. Ja, und als er dann damit rausrückt, dass er sozusagen auf der Suche nach dem ist, dann bittet sie ihn aber raus ziemlich schnell. Ja. Aber irgendwas muss er ja jetzt hier noch erfahren haben, weil sonst, wie macht er denn jetzt weiter? Achso, hier. Geht er jetzt nicht aufs Land und findet das Grab? Nee, er geht erst noch in den Nachtclub, glaube ich, oder? Zuerst. Aber vielleicht geht er auch erst noch zum Grab. Stimmt, er geht ja, doch, er stimmt, du hast recht, er geht in den Nachtclub zu, wie auch immer sein Name ist, ich kann ihn mir nicht merken, der Sänger. Ja, too sweet. Too sweet, genau. Genau, weil das hat er ja von seiner Reporterfreundin mitgeteilt bekommen, dass die mal zusammen auf Tour waren. Genau, in New York damals und den, ja, spricht er dann auch an, bekommt aber von ihm auch nicht so richtig viel, obwohl er ihm bis aufs Klo folgt, aber dann liegt da so ein abgetrenntes Hühnerbein auf dem Waschbecken und dann hat dieser too sweet Angst, weil das irgendwie so eine Warnung ist für ihn. Ja, zu Recht, wie wir dann kurz darauf erfahren. Ja. Nee, er droht ja ihm nicht auch, also mit Gewalt und so, also er ist ja schon sehr direkt, was die Befragung angeht. Ja. Aber ich meine, es wird Angel ja eh aus dem Pub rausgeschmissen. Richtig. Wo ein too sweet spielt. Ja. Wo ich so lachen musste, weil passend vor dem, vor der Kneipe stand einfach so ein Haufen Pappkartons und Müll. Genau, damit er da reinfallen kann, dachte ich auch. Wo er reingeschmissen werden kann. Ja. Aber ich glaube, das muss dann doch vorher gewesen sein, dass er bei dem Grab war, weil dann trifft er ja hier Epiphany, Proudfoot. Ja, ja, ja. Genau. Ja, das ist mein Name. Ja. Stolz Fußens. Stolz Füße. Die, die trifft er ja auf dem Friedhof, beziehungsweise die beobachtet er da und verfolgt sie dann mit ihrem Kind und spricht sie dann an. Genau, weil er gesehen hat, dass sie sich um dieses eine Grab gekümmert hat, wo eben der passende Name drauf stand. Genau. Weil er wusste ja quasi, nach wem er sucht, nach wem er gesucht hat und ja, das ist eben die, wie hieß sie nochmal? Evangeline Proudfoot. Ich dachte Epiphany. Nee, die Mutter. Ach so. Er sucht ja nach Evangeline Proudfoot, weil sie ja die Geliebte war von seinem Ziel. Genau. Und Epiphany ist ja die Tochter, aber dass sie die Tochter ist, erklärt sie ihm erst nach ein paar Minuten. Beim nächsten Treffen, genau. Genau, weil erstmal sieht er ja nur, dass sie diejenige ist, die sich um das Grab kümmert. Und so kommt er dann in den Nachtclub und nach dem Nachtclub, deswegen war das jetzt wichtig, dass wir es nochmal vorziehen, geht er ja nachts dann zu diesem Voodoo-Treffen. Und da trifft er sowohl den, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, To-Sweet, als auch die Epiphany wieder. Und das Huhn. Und das Huhn. Und das Huhn. Wenn du gerade Feierabendaktivitäten machst. Genau. Im Huhn. Sie führen da so ein Voodoo-Ritual durch, bei dem Epiphany das Huhn, dem Huhn den Kopf abschneidet und das Blut über sich ergießt, während sie da halbnackt tanzt. Oder sogar nackt, ich weiß es glaube ich gar nicht mehr. Nee, aber das Shirt rutscht ein bisschen runter, eh in dem Film, wenn die Möglichkeit besteht, Brüste zu zeigen, dann macht der Regisseur das auch. Vor allem von Epiphany. Auch bei Leichen. Auch bei Leichen. Auch bei Leichen, ja. Aber auch bei Mickey Rook. Stimmt. Auch hier musste ich sehr an Gabriel Knight denken, da gibt es eine ganz ähnliche Szene. Der verfolgt nämlich, das spielt auch in New Orleans und der verfolgt da auch irgendwo nachts jemand und kommt dann genau zu so einer Szene mit so einem Voodoo-Treffen. Musste ich auch die nächsten fünf Minuten dran wieder denken und hab die nächsten fünf Minuten nicht mitbekommen. Ich glaube, das ist einfach die Hälfte des Films gar nicht mitbekommen, kann das sein? Aber ich hab ihn ja auch schon dreimal gesehen inzwischen. Okay. Da ist keine Interaktivität, er findet, er beobachtet es einfach nur und dann, als dann dieser To-Sweet nach Hause geht, lauert er ihm da auf, Henry, und befragt ihn. Befragt. Stimmt, da war das mit der Gewalt, so war das, genau. To-Sweet hat dann nämlich ein Rasiermesser dabei und da gibt es so einen Kampf mit dem Rasiermesser und dann hält er ihm das an den Hals und sagt ihm aber auch noch seine Adresse, damit er ihm anruft, wenn er noch was weiß. Ja. Daraus wird aber nichts mehr. Ja, also er sagt es ihm ja nicht nur, er schreibt es ja auf und stopft ihm, stopft ihm den, den Zettel in den Mund. Ja. Hm. Also weil, wenn er es ihm nur gesagt hätte, dann, dann könnten die Polizisten dem ja nicht folgen. Genau. Ja. Weil er wird ja umgebracht anscheinend in der Nacht und die Polizei erklärt ihm ja dann, dass sie diesen Zettel gefunden haben. Hm. Ja, und in der Nacht kommen ja wieder solche Traumszenen dann auch, nachdem er da zurückgegangen ist, hat er solche Albträume wieder und er sieht wieder, das kommt eh öfters mal, dass man so eine Frau, das habe ich nie genau verstanden, was das bedeutet, so eine Frau geht so ein rundes Treppenhaus immer nach oben. Mit einer Schale, die sie hat und da ist eine kleine Vase. Ah, okay. Dann ist es mir doch klar, was es bedeutet, aber warum dieses runde Treppenhaus ist, glaube ich, einfach nur visuell. Das sieht ja nicht aus wie ein echtes Haus, oder? Keine Ahnung. Ich meine, er sieht ja auch immer ein und dieselbe Häuserfront vor. Richtig, ja. Sich. Wo dann ein Fenster rot erleuchtet ist. Genau, genau. Das Fenster, vor dem ein Ventilator ist. Genau. Und diesen Traum hat er dann wieder und wacht dann auf, weil er von Polizisten geweckt wird. Die schon in seinem Zimmer stehen. Die auch nicht klopfen. Genau. Er weiß ja irgendwie, nur Polizisten kommen einfach so rein und immer, ja, nur Privatdetektive schlafen so lang. Und dann fragt er eben, ob er diesen Broutfoot kannte, weil der nämlich seine Adresse hier im Mund hatte. Neben seinem Spann. Er hatte noch was ganz anderes im Mund. Ja. Neben seinem Gemächt, was ihm abgeschnitten wurde. An dem er erstickt ist. Ja. Da hat er auch ein lustiges Wortspiel gemacht. Mit dem Too Sweet. Das sei tot, wo er nämlich leider gar nicht war. Ja. Aber, ja, die Polizisten lassen ihn dann auch gleich wieder gehen. Weil erstens war es ja ein Schwarzer, wie sie später sagen, was ihnen egal ist. Und zweitens gibt es ja erstmal keinen Grund, ihn zumindest festzunehmen. Aber ihm wird zumindest gesagt, er soll die Stadt nicht verlassen. Und dann kommt so eine bisschen unsinnige Szene, finde ich, die das Ganze in die Länge zieht. Nämlich so eine Autofahrt, bei der er verfolgt wird. Und dann bei so Krabbenfischern anhält, um die Verfolger loszuwerden. Weil er denkt, wenn er hier in Gesellschaft ist, so habe ich es zumindest verstanden, dann tun sie ihm nichts. Aber sie greifen den dann trotzdem an. Ja, aber vorher wird doch die Wahrsagerin noch umgebracht. Ist das davor? Ach so, stimmt. Er geht ja nochmal zurück zu ihr, diese wunderschöne Wohnung. Richtig. Und ihr Herz wurde ihr rausgeschnitten. Genau, dann reißt er ja aus ihrem Terminkalender die Seite raus, wo sein Termin drin stand. Damit die Polizei nicht schon wieder seinen Namen an einem Tatort findet. Ja. Ja, und dann wird er eben von diesen Goons da von ihrem Vater vermöbelt. Genau. Ich weiß gar nicht, was die von ihm wollen. Wahrscheinlich, dass er geht einfach. Denke ich auch, ja. Er weiß ja auch noch gar nicht, dass die von ihrem Vater geschickt werden. Oder sagen die ihm das dann? Ich dachte, sie sagen ihm hier so, Botschaft von Mista sowieso. Diese Stadt ist so groß für uns beide. Genau. Er wird dann noch von dem Hund gebissen und trifft danach nochmal Epiphany Browdfoot. Und die erklärt ihm dann, dass sie die Tochter ist von Johnny Favorite. Was dann nochmal die neueste Erkenntnis ist. Ich glaube, dann treffen sich nochmal Harry und Louis Seifer in der Kirche. Ja. Wo er mehrmals von ihm ermahnt wird, doch bitte in der Kirche nicht zu fluchen. Genau. Das geziemt sich ja nicht. Da geht es aber eigentlich auch wieder nur darum, dass er kalte Füße bekommt. Der gute Harry Angel. Und ja. Ja, verständlich. Es sterben die ganze Zeit Leute. Genau. Und man könnte ihn ja dafür verantwortlich machen. Verrückt. Aber er sagt selbst irgendwie, er will nicht mehr Geld. Er hat einfach nur Schiss so langsam. Aber der Louis Seifer sagt, er soll da jetzt noch weitermachen. Denn er ist ja auf der richtigen Spur. Ja. Als er dann wieder an seinem Hotel ankommt, wartet da Epiphany auf ihn. Oder? Richtig. Das passiert, glaube ich, jetzt. Ja, genau. Ja. Und dann haben die beiden Sex geschnitten zu Bildern, wo zuerst irgendwie das Hotelzimmer völlig unter Wasser, also weil es da die ganze Zeit schon reintropft, ziemlich beschissenes Hotelzimmer. Und es nimmt irgendwie unrealistische Ausmaße an. Und dann wird das Wasser auch irgendwann zu Blut. Und der Sex wird auch irgendwie unangenehm gewalttätig. Ja. Und dann kommen die beiden netten Polizisten wieder. Genau. Und dann konfrontieren sie ihn mit dem anderen Mord, der weißen Frau. Denn jetzt ist es eine weiße Frau, jetzt müssen wir richtig nachgehen. Genau, und vor allen Dingen eine weiße Frau aus einer reichen Familie. Genau. Eine Katastrophe für den Ort. Aber sie haben jetzt eigentlich gar keinen Anhaltspunkt, weil die Seite hat er ja mitgenommen aus dem Terminkalender. Ja. Ich komme jetzt nur mal zu ihm, weil er ja vorher da schon irgendwie unterwegs war bei den Toten. Ja, aber können ja auch nicht wirklich viel bei ihm ausrichten. Ich glaube, sie sind auch ein bisschen pissed, weil sie einfach nicht weiterkommen. Deswegen lässt er auch seine schlechte Laune an ihm aus. Ja, und sie lassen ja auch irgendwie noch so ein paar Kommentare fallen, dass es ja völlig daneben ist, als weißer Sex mit einer Schwarzen zu haben. Ja. Ihm ist das einfach völlig egal. Er sagt, ja, aber ich bin nicht von hier. Richtig. Und dann trifft er, ist ihr Epiphany, ist dann in der Badewanne. Ich glaube, der hat dann nochmal so ein paar Visionen, oder? Dann singt sie ja das Lied, oder sucht das Lied vor sich hin. Genau, was wir als Intro eben schon gespielt haben. Mhm. Und was er auch immer im Kopf hat, dieses Lied. Das spielte er ja auch vorher bei der Wahrsagerin so kurz auf dem Klavier, diese Melodie, dieses Thema. Ja, und dann sagt sie ja, dass ihr Vater das immer für sie gesungen hat. Ja. Und dann beginnt es so langsam, das Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Zumindest habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, in welche Richtung es sich bewegen wird. Ja. Und dann geht er, glaube ich, einfach raus und sieht diese zwei Schläger wieder, die er dann angeschreibt. Das war schön. Ich habe es gefeiert. Wie er den Typen einfach den Kopf zwischen die Autodür klemmt. Einfach ein paar Mal zu. Aber das ist doch was, der geht da ja so in alle Seelruhe hin. Gibt ihm die Kopfnuss durch die Fenster scheinen. Was er macht mit dem Anderen, dass er reden will? Und gibt ihm einfach so richtig die Kopfnuss. Und rennt dann in einen Stall, der einfach so mitten in New Orleans steht. Ja. Ja, gut, 1955. Ja, gut. Das stimmt. Die sieht Trottel auch noch an, mit der Pistole in dem Stall zu feuern, der voller Pferde steht. Das ist natürlich die klügste Entscheidung ever. Und lassen dann auch noch den Hund frei. Der hat dann von einem Pferd rückwärts geblieben. Auch das habe ich ein bisschen gefeiert. Aber der arme Hund. Ja. Ne. Der hätte... Ein kluger Hund wäre einfach in die andere Richtung gelaufen, wenn da einfach 20 Pferde stehen. Mir hat das weh getan zu sehen. Aber mehr bringt diese Szene auch nicht. Also sie hat für den Film wenig Sinn. Der kommt... Nö, das war einfach so ein bisschen Genugtuung für den Zuschauer, glaube ich. Außer, dass es noch den kurzen Lacher gibt, als er durch die vielen Hühner durch... Durch den Hühner... Diese Indiana-Jones-Szene, wenn er die Schlange fällt. Die Schlange. Wie so Schlange. Wie hat er da durchstocher? Ja, aber stimmt, das hat eigentlich inhaltlich überhaupt nichts zu sagen. Ne, wie ja vorher, diese Schlägerei da auch schon nicht. Also ich finde, das hätte man ein bisschen kürzen können. Mir kommt gerade diese Szenen hier in New Orleans sind schon ein bisschen lang, finde ich. Das wurde zwischendurch ein bisschen... Ja, also zumindest die beiden Prügelszenen, die du jetzt gerade angesprochen hast, wenn die nicht in dem Film wären, dann würde nichts fehlen. Genau. Nö, das stimmt. Würde ich auch so sehen. Aber dann kommen wir sozusagen wieder zu was Wichtigem, denn dann sucht er den Vater von Cruise Mark auf, den er ja vorher schon irgendwie auf dem Bild gesehen hat, als er das erste Mal bei ihr war und so als bösen Piraten bezeichnet hat. Und der ist eben dieser reiche, weiße Typ, der irgendwo so ein Pferderennen, so ein, wie nennt man das, Farm oder so ein Gestüt oder so hat in der Nähe. Und der erklärt ihm jetzt die ganze Geschichte und das ist gar nicht so einfach. Nee, da muss man sie ja auch erklären. Show, don't tell, wäre schwierig geworden. Das stimmt. Obwohl man sieht ja schon immer Szenen daraus, die er jetzt erklärt, aber dadurch werden die jetzt erst deutbar. Genau, viele Szenen hat man ja vorher schon in den Visionen gesehen, nur halt komplett zusammenhangslos. Und jetzt hat man sie mit Erklärung, deswegen ergeben sie auch plötzlich viel mehr Sinn. Genau. Und im Hintergrund sieht man immer, wie er auf diesem Eis rumhaut mit dem Eispickel. Und man sieht wirklich während dieser Erklärung, dass es ja immer kleiner wird. Also das dauert lange. Ja, wie erklären wir das denn jetzt? Das musst du machen, du hast den Film öfter gesehen. Also. Also. Ja, ja, bitte. Achso, soll ich? Ja. Cool. Johnny Feverett hat in jugendlicher Leichtsinnigkeit mit dem Teufel einen Deal abgeschlossen. Der Deal bestand darin, er will berühmt werden. Und der Teufel, weil er ja nichts Besseres zu tun hat und ein wohltätiger Typ ist, sagt, ja natürlich, dafür kriege ich deine Seele. So klassischer Teufel-Deal natürlich. Johnny Feverett wird berühmt mit seiner Band, hat dann aber keinen Bock mehr, dem Teufel seine Seele zu geben. Johnny Feverett ist nebenberuflicher schwarzer Voodoo-Priester und hat auch die Ahnung, wie man natürlich dann Seelen transferieren kann und schnappt sich eine neue Seele. Bieselt sich an, ein heimkriegender Soldat 1943, den er auf der offenen Fifth Avenue in New York einfach auf die Schulter klopft und sagt, hey, du willst du mitkommen zu einer Party? Die Party ist dann so, dass der junge Soldat auf ein Bett geschnürt wird, ihm wird das Herz bei lebendigem Leibe herausgeschnitten, fein säuberlich und der ehemalige Johnny Feverett jetzt Harry Angel, nachdem er gegessen hat, das Herz gegessen hat und ein paar Gesichts-OPs anscheinend auch noch über sich ergehen lässt, denn er hat ja dann die Maskerade. Also er ist ja, wenn die Maskerade ist nämlich, wenn er nachher in der angeblichen Irrenanstalt ist, womöglich ist er auch irre geworden, wenn man sich einfach so eine fremde Seele einverleibt. Aber das mal nebenher hat er das Gesicht ja in Bandagen und womöglich sieht er auch anders aus und der Teufel kommt natürlich nicht mehr hinterher, denkt man. Ich komm grad auch nicht mehr hinterher. Also alles verstanden? Eigentlich ist das Ganze vom Teufel eine abgekaterte Sache, um ihm zu zeigen, du, ich weiß die ganze Zeit, wo und wer du bist und ich will dich einfach nur leiden und verfickt leiden sehen. Also am Ende kommt natürlich raus, dass Harry Angel ist Johnny Feverett, hat seine Tochter gebumst und alle Leute umgebracht. Was ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte, für mich war doch diese Sache in dem, in diesem Sanatorium davor, oder? Der war ja im Krieg verwundet worden und dann war er im Sanatorium und erst danach hat er dieses Ritual gemacht. Ja und da, da haben ihn dann, ähm, nee, 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 die Cruise-Marks doch abgeholt und, und, und dann nach New York geschafft und da hat er sich dann den, den Soldaten geschnappt. Ach so, rum war es, okay, okay. War das nicht anders? Ich dachte, er wäre da untergetaucht, dann war es andersrum. Ja, nee, ich seh's, ich mein's auch wie Jan. War es nicht so, dass, dass er quasi, ähm, diesen Mord, also dieses Ritual begangen hat und, aber bevor das quasi komplett abgeschlossen war, muss, wurde er quasi wieder in den Krieg eingezogen, da verwundet und dadurch ist das quasi alles, ist er dann durchgedreht. Ach so. Und ist dann in dieses Sanatorium geschickt worden und sie haben ihn dann nach New York zurückgebracht, in der Hoffnung, dass dieser Ort quasi die Erinnerung, ach so, seit seine Erinnerung wieder zurückgebracht hat. Der Vorgang beendet. Ja. Deswegen kannte die Cruise-Marks ihn dann auch, die ihn da rausgeholt hat, weil sie ihn früher kannte von diesem Ritual. Ja, okay. Ja, weil die war ja auch dabei. Sie war sein Fangirl Nummer eins. Die war die Frau, die man nie zuordnen konnte, genau. Genau. Und das war, war nämlich das, was man die ganze Zeit gesehen hat, ähm, dieses rote Licht in dem Zimmer, das muss in diesem Zimmer halt passiert sein. Und man hat ja auch ständig diesen, ähm, diese feiernden Leute da an Silvester auf der Fifth Avenue gesehen und man hat nie gesehen, ähm, wer sich da umgedreht hat. Das muss dann dieser junge Soldat gewesen sein, der dann das Gesicht von, ähm, ähm, Harry dann hat, genau. Genau. So, und als diese Geschichte jetzt erzählt wurde, ähm, sieht dann, ähm, Harry Angel, dass der Vater von Cruise-Mann in der Gumbo-Suppe liegt. Ja. Übrigens ist mir gerade aufgefallen, dass meine Erzählung ein bisschen war wie der Film selber. Am Anfang noch stringent, dann immer verwirrter und verworrener und dann wurde es am Ende durch Ben und euch nämlich wieder aufgeklärt, wie es eigentlich war. Optimale Erklärung, also. Genau. Voll meta. So, jetzt, jetzt, jetzt wird ihm irgendwie gerade klar, dass er den gerade wohl umgebracht hat, weil er ja neben ihm in der kochenden Suppe liegt. Und das ist doch lustig, wie er dann aus der Hütte raus ist und völlig ohne Grund diesen Türen nicht umnötigen. Das war überhaupt nicht umnötig. Und, äh, in seiner Panik fährt er dann wieder zurück zu der, ähm, Madame Cruise-Mann in die Wohnung, um da nämlich jetzt, ähm, zu überprüfen, ob er diese, ähm, ob er das, was er jetzt befürchtet, da findet, nämlich diese Marke. Die Hundemarke. Die Hundemarke. Weil die haben sie ja, äh, während des Rituals in diese, diese weiße Vase eingeschlossen. Äh, ja, warum, weiß ich jetzt nicht genau. Weil das wichtig war für das Ritual. Ja, irgendwie so Gin-mäßig haben sie die, diese, diese Hundemarke da quasi versiegelt in dieser Vase. Ja. Und ja, er findet die Vase und schlägt sie kaputt und darin liegt eine Hundemarke. Ja, mit dem Namen Harry Angel. Harold. Harold Angel, genau. Und im Geburtsdatum, was war das, 14. Februar? 1912, glaube ich. Valentinstag 1912, genau, ja. Übrigens, ähm, Funfact ist das Geburtsdatum von, äh, Alan Parker. Also nicht das Jahr, aber der 14. Februar. Ach, hat er den Film nicht gedreht, als er 75 war? Nein. Okay. Ja, und dann sitzt, äh, Louis Seifer wieder auf dem Sofa. Ja. Und sagt im Prinzip das, was, ähm, Jan eben schon gesagt hat, dass die ganze Zeit, er wusste, It was me all along. Genau. Dass Harry Angel sich die ganze Zeit selbst sucht, sozusagen, es ist quasi ein Selbstfindungsfilm. Hat jetzt auch das erste Mal die Haare richtig offen, glaube ich. Stimmt, jetzt hat er den Dunkel nicht mehr. Ja, das ist ja dieses Revealing, ne. Er war vorher, äh, in Charakter und jetzt revealed er sein wirkliches Ich und trägt die Haare, weil sie sind dann auch revealed, nicht mehr zusammengepusten und so. Er kriegt ja auch noch kurz gelbe Augen. Sondern ganz natürlich. Ja. Und die Augen, die Imperator-Augen leuchten. Noch kurz. Ähm, aber das sind jetzt sogar seine echten Haare, oder? Sieht nicht aus wie eine Pashocke. Boah, hat die mal so lange gehabt? Weiß ich nicht. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, vorher hat er immer so ein Dutt nach hinten gebunden und jetzt ist offen. Und jetzt erklärt er ihm eben, dass, ähm, wie du... Da kommt der Man-Bahn her vom Teufel. Also, dass seine Seele ab dem Zeitpunkt verdammt war, als er den Pakt mit ihm eingegangen ist. Wie man das ja eigentlich auch erwarten würde. Überraschenderweise, ja. Der Teufel ist jetzt halt auch kein Idiot, ne. Der Teufel macht das ja nicht zum ersten Mal. Gibt's nicht so ein Sprichwort? Der Teufel ist ein Eichhörnchen, oder? Ja. Genau. Hessisches Sprichwort. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Das ergibt jetzt auch viel mehr Sinn. Gell? Ist ja auch rot. Ja, klar. Er hat lange Fingernägel. Und daraufhin rennt... Der spielt doch dann sogar noch am Klavier wieder diese Melodie, glaube ich, noch kurz. Melodie, die wir im Intro hatten. Und dann rennt Harry Angel durch den Regen. Das kommt hier überhaupt sehr oft vor, dass man hier Regen hat. Ja, aber der Grund, warum er plötzlich losrennt, ist ja, er hat ja... Also der Teufel sagt ihm ja, du hast alle Leute quasi umgebracht, die du befragt hast, weil sie irgendwie in Kontakt standen mit seinem alter Ego. Und dann hat er ja diese Flashbacks, wo er quasi jeden Mord sieht und endet quasi dann mit einem Bild von Epiphany. Richtig. Und dann denkt er sich, oh fuck. Dann hat er eine Epiphany. Ja, genau. Und rennt dann los zu dem letzten Ort, wo er sie gesehen hat und findet sie. Und davor sitzt die Mutter von Brian. Ja, das habe ich auch gedacht. Was? Von Leben des Brian. Von Leben des Brian. Die Mutter. Geht weg hier. Oder wie Judith sieht sie aus. Aber das ist ja der eine Polizist, oder? Ach ja, Judith. Ja. Oh, Cheturio. Sie sieht heute auch mal schwachlich aus. Ja, ja, nein, das weiß ich schon. Ich versuche mich nur gerade dran zu. Es sitzt da vor dem Hotel. Da sieht man wieder so eine schwarze, vermummte Gestalt. Das ist aber der Jüngere von den beiden Polizisten, der Dünne. Nee, das ist der Teufel, der sitzt. Echt? Ja. Der Jüngere Polizist ist ja drinnen und kümmert sich um den Sohn. Verdammt. Dann habe ich Robert De Niro nicht erkannt. Da hast du bestimmt gerade im Dazwischen genug über Jeklas nachgedacht. Bestimmt. Da geht er ja durch die Gasse in New York. Ja, okay. Und tötete wahrscheinlich die Frau mit seinem Fingernagel. Vielleicht. Oder mit einem Blinzeln. Ey, da muss ich nochmal gucken. Das war wirklich Robert De Niro. Okay. Denn die Polizei ist schon da. Und Epiphany ist tot. Und wie der Polizist sagt. Und hat die Marke um. Stimmt. Die hat auch die Marke jetzt wieder um. Obwohl die eigentlich eben abgeholt wurde. Und wie der Polizist sagt. Ihre Waffe steckt in ihrer Möse. Also seine Waffe. Das heißt, er hat erstens mit seiner Tochter geschlafen. Und sie dann umgebracht. Muss dann aber nach der Sechs. Er hat dann seine Hundemarke umgehangen. Ja, muss dann aber nach der Sechsszene gewesen sein. Weil die Polizisten waren ja danach nochmal da. Und haben sie gesehen. Ich dachte da. Das war einfach der Teufel. Um ihn nochmal sechentlich so. Ne, das war ja schon selbst, oder? Das denke ich auch. Ja, deswegen hat er auch diesen Flashback gehabt. Ja. Und das ist der Moment, wo er dann einfach aufgibt. Ja. Dafür wirst du brennen. Du sagtest ja, jo. In der Hölle. Ja. Und dann kommt einfach nur der Absperr. Auch hin. Und man sieht, wie er mit dem Aufzug. Mit dem langen Aufzug. Immer weiter nach unten fährt. Wenn der Abspann. Und dessen läuft der Abspann. Und der Abspann hat nicht aufgehört. Wie soll ich das aufhören? Das stimmt. Das war auch eine lange Fahrt. Ja. Und was bedeutet das, wenn der Abspann nicht aufhört? Das habt ihr mir doch letztens erklärt, was das bedeutet. Dass noch eine Pausekredit-Szene. Genau. Pause-Dingens-Szene. Aber so richtig kam da doch keine. Ne. Ich hab's auch nur gelesen. Am Ende wird das Bild schwarz, sondern man hört noch leise eine Stimme sagen. Harry, Johnny. Ja. Das stimmt. Man hört die beiden Namen und dann ist Ende. Ja. Ach, das hab ich nicht gehört. Nur wie dann der Aufzug anhält. Okay. Ich hab's natürlich auch nicht gehört, weil ich ja wieder nicht dran gedacht hatte, wenn ein Abspann läuft, ihn einfach laufen zu lassen. Amazon denkt da ja auch nicht dran. Ne, bei mir ist es nicht passiert. Wahrscheinlich kann man das auch ausstellen. Okay. Ja, das war's. Was sagt ihr? Ja, ähm, also gut, aber es war auch gut, dass du gar nicht so viel verraten hast über den Film. Das, ähm, also das ist ein wichtiger Teil für die Erfahrung. Ja, das hab ich auch absichtlich. Dass man nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Das hab ich auch absichtlich nicht gemacht, weil mir auch gesagt wurde, als ich das gehört habe, nichts drüber erzählen, sondern einfach gucken. Also einfach nur genauso hier, dass so eine Film-Noir-Privatdetektiv-Geschichte reicht. Ja. Vielmehr war auch nicht die Beschreibung, die Amazon einen gegeben hat. Nur der Privatdetektiv wird beauftragt, jemanden zu finden. Ja. Punkt. Aber die listige, in welche Richtung es gehen wird, war mir halt so nach der ersten Szene in dieser Gasse klar, mit diesem typischen Film-Noir-Saxophon. Irgendwie. Dachte halt erst, das ist dann eine Detektiv-Geschichte. Und bei Robert Dineo dachte ich, okay, ist das vielleicht dann so eine Mafia-Detektiv-Geschichte in New York? Und dann... Man lässt sich Robert Dineo durch seine Fingernägel sehen. Ja, aber ich glaube, es ist wirklich, wirklich irgendwie wichtig, dass man gar keine Ahnung hat, dass es sich in so eine übernatürliche Teufelsgeschichte... Weißt du, ein bisschen wie Sixth Sense ohne irgendwelche Vorstellungen gucken. Obwohl der Twist, ihr sagt ja, der war recht voraussichtbar, fand ich jetzt eigentlich auch. Also man hat sehr schnell erkannt, wen Robert Dineo da darstellen soll. Habe mich auch gefragt, ob das 1987 auch schon so, ob das Publikum da auch schon so, ich sag mal, Twist erfahren war wie heutzutage. Ja, und dass Robert, äh, Robert Dineo sag ich jetzt schon, dass Mickey Rourke das alles sehr... Also, dass er eigentlich ihr Favorite ist, dafür habe ich schon eine Weile gebraucht. Also das war für mich nicht gleich... Das habe ich auch erst am Ende kapiert. Ich habe halt gedacht, als es klar war, dass es auch so eine Gott-Teufel-Sache so ein bisschen mystischer wäre, dass er, da er Angel heißt, halt so ein bisschen wie Konstantin im Film ist, weißt du, so eine Art Kapter-Angel ist. Genau, dass er halt einfach der Gegenspieler des Teufels ist. Ja, genau. Und dass er ohne es zu wissen Engel ist, der eben diese Seele vor dem Teufel retten soll, irgendwie sowas, dachte ich. Ja, ich finde auch, da geht es eigentlich hin, weil dass er der andere der Teufel ist, kriegt man ja, wie wir schon gesagt haben, sehr schnell mit. Und ich hatte auch lange gedacht, dass er dann jetzt sozusagen sein Gegenspieler ist. Und man denkt ja manchmal auch, dass zum Beispiel die Wahrsagerin, kann man auch denken, dass von Robert Di Nio oder sein Henchman einfach umgebracht wurde, weil sie hatte ja eine Kette mit dem Pentagramm an. Und ich dachte jedenfalls, Moment A, vielleicht hat sie, ist das so eine Art Orden und keiner darf quatschen, so ein bisschen wie hier Da Vinci-Code, weißt du. Hätte alles einfach sein können, wir sind einfach super vorsichtig und bevor ja einer anfängt zu reden. Ja. Stimmt, hier hat so ein richtiges Collierenspanz in den Mund mit diesem Pentagramm, ja. Aber du hast doch jetzt vorhin gesagt, jetzt hast du es verstanden, Jan, jetzt musst du es mir noch erklären. Was ist das mit den Hühnern? Ich habe dann eben irgendwie sowas gedacht mit, man sagt doch immer, der erste Hahnschrei am Morgen oder so ist gegen den Teufel oder irgendwie sowas. Und ich dachte halt, deswegen kann er da jetzt nicht viel mit anfangen oder hat da Schiss vor, weil das auch viel so ein mystisches Ding ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Mir war da jetzt nur nix bekannt mit Hühnern und irgendwie... Vielleicht verwechsel ich das auch mit Harry Potter und dem Basilichten. Keine Ahnung. Also wenn es jetzt Schlangen gewesen wären oder so, dann hätte ich eine Bibel-Connection herstellen können. Aber für Hühner bin ich nicht bibelfest genug. Ich hätte jetzt auch nur so an den Hühnerfuß gedacht. Ja, das ist ja so ein Voodoo-Ding. Ach so. Also wenn es nur das ist... Also es ist ja auch nicht wichtig. Es hat mich gut unterhalten während des Films. Ich dachte nur, da steckt jetzt eine tiefere Bedeutung dahinter. Aber vielleicht liegt es ja auch tatsächlich daran an diesem Voodoo-Ding. Vielleicht liegt es einfach daran, dass er dann, weiß ich nicht, dass die Erinnerungen wieder hochkommen an das, was er gemacht hat. Dass er sich selbst davor beschützen will. Und immer wenn er Hühner sieht, dann muss er an dieses Ritual denken, das sie da durchgeführt haben. Ja, das kann sein, ja. Ja, ich finde jetzt bei einer schnellen Google-Suche Chicken and Devil auch nix. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Wild Egg. Da ist was zu essen. Okay. Ja, ich habe es auch gerade verwechselt. Der Teufel hat ja nicht Hühnerfüße, sondern ich glaube so Ziegenfüße, oder? Ja. Ja, das sagt er ja am Ende. Würdest du mir glauben, wenn ich jetzt irgendwie gespaltene Hufe und Entspanz hätte. Ja, ja. Oder noch Hörner. Das wäre ja Quatsch. Hatte der Hörner am Ende? Nee, oder? Nein. Nur gelbe Augen. Nur Imperator-Augen. Ja, genau wie das Kind. Ja. Das jetzt offensichtlich dann auch vom Teufel besessen ist. Vielleicht. Vielleicht ist es auch das Kind des Teufels. Hat sie nicht gesagt, dass es keinen Vater gibt? Das hat sie gesagt, ja. Sie hat gesagt, es gibt einen, aber sie weiß nicht, wer es ist. Ach so. Ja, vielleicht war es Robert De Niro. Vielleicht. Aber an den würde man sich erinnern. Okay. Ja, guter Film. Tatsächlich. Blutig. 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 Ein bisschen. Kann man mal gucken, aber wenn ihr jetzt den Podcast schon gehört habt, weiß ich nicht, ob er noch so wirkt. Der wirkt dann wahrscheinlich wirklich nicht so. Nee. Also guckt den Film vielleicht erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Das solltest du nicht. 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 Nee, ich habe es auch falsch gesagt gerade, oder? Ich habe gerade gesagt, guckt den Film erst, wenn ihr den Podcast gehört habt. Also passt ja alles. Das solltest du nicht. Am Anfang einfach eine Empfehlung der Redaktion. Ja, oder ich schreibe es einfach in den Text. Ach, Leute, die lesen. Als ob jemand liest, muss ein Bild malen. Halt, Stopp. Jetzt dreht erst den Film. Genau. Einfach zwei Stunden Pause am Anfang einfügen. Dann fällt es auf jeden Fall auf. Dann kann man während der Podcast noch läuft den Film gucken. Und nach geht es dann los. Gut. Ich glaube, Bewertungen haben wir beim letzten Mal, als ich die geben wollte, gesagt. Das machen wir doch gar nicht beim Impulssender. Dann machen wir es nicht. Machen wir doch gar nicht. Aber letzte Worte können wir machen, oder? Vier. Vier letzte Worte. Ja, von jedem von uns eins. Okay. Hühner. Oh Gott. You're my heart. You're my soul. Das ist ein Merz. Der ist nicht angekommen. Liebling. Ich habe nur Liebling. Jetzt habe ich das verstanden mit der Kreditkarte. Oder wie war das? Das Anwaltsliebling. Advokat. Oh, 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 oh. Ach, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Nasenschutz. Ich glaube, wir sagen einfach auf Wiedersehen. Abspann. Ciao. Macht's gut. Outro. Tschüss. If I could just hold your charms again in my arms, then life would be complete. denied eu. Amen. Toast. Amen. Untertitelung.